Das war gerade nicht gut, ähm, ich kann euch ja kaum vorstellen, der hat gesagt, ich habe nur mehr 13,5 MB Festplattenspeicher frei, toll dachte ich mir, wirklich toll. So was Tolles habe ich auch noch nie erlebt, ich habe mal gespeichert und ich hoffe, ich kann jetzt aufnehmen, ich konnte nicht mal das Spiel an der Stelle speichern, weil es so voll war. Toll. Das war nicht gut, aber ich glaube, ich nehme wieder auf und jetzt habe ich Grenze probieren, denn ich meine, meine Kanone ist zuerst kaputt. Und ich habe nichts, um die abzuwehren. Die anderen Schiffe hier, äh, schlecht. Außer mein Schiff ist schneller fertig noch. Gleich losfahren. Nein, die ist ja igelisch kaputt. Das Schiff haben wir schon mal kaputt. Nein. Nein. Wunderbar. Wunderbar. Genau so. Genau so. Huh, das war jetzt gerade noch. Habe ich gegen den Goldmünzen? Scheiße, 927. Ne, so viel habe ich nicht. Das sehe ich jetzt schon. Aber irgendwo noch 13.000 Punkte hätte er. Kann sein, das macht immer weniger Schaden, je mehr es kaputt ist. Ich glaube es fast. Oh, nein. Was daneben? Jetzt aber. So halbwegs. Dann tut ihr, statt Bäume hacken, Holter bauen und ich muss die Schiffe aufhalten, die hier kommen. Komm. Komm. Ach, Mann. Hier habe ich auch nichts. Ah, jetzt aber. Wunderbar. Jetzt kann ich es ein bisschen kaputt machen. Auf den Brunnen. Ich habe ein Feuerschiff. Ein Feuerschiff, damit rammen wir das Ding jetzt. Yes. Imenasaur. Ready. Avance. Den jungen Brunnen. Ready. Yes. Yes. Den alten Brunnen. Commandment. Imenasaur. Yes. U.N. Avance. Yes. Ja, jetzt können wir sogar rammen. Imenasaur. Ready. U.N. Avance. Red. Hat funktioniert, glaube ich. Yes. U.N. 927 brauche ich noch. Ist natürlich auch nicht gerade wenig. Nein, was geht da jetzt ab? Nein. 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 Avance. Komm. Es fehlt nicht mehr viel. Speichern. Also echt vorhin. Ich konnte nicht mehr mehr speichern. Ich kann mir mal vorstellen hier. Nicht mal mehr den Spielstand speichern. Ah, das ist heftig. Yes. Avance. Leon. Yes. Peppa mal stehen. Hm. Scheiße. Schnell. Gut. Den auch noch. Bevor der zu mir fährt. Jetzt kann er es eh nicht mehr. Wir haben den Jungbrunnen beschädigt, aber er ist noch nicht zerstört. Hm. Er muss aber zerstört werden. Bleibt nichts anderes übrig. Yes. Gleich kann ich es reparieren. Dann ist es wenigstens schon mal sicherer wieder. Ready. Ja wunderbar. Geht das schnell. Yes. Und voll repariert. Das macht eigentlich wieder mehr Schaden. Naja okay. Es war ein Irrtum. Aber dennoch. Avanze. Come on. Das ist schön repariert. Ha. Aber echt eine tolle Kanone. Die muss nicht mal nachladen. Keiner muss die bedienen. Das ist schon toll sowas. Avanze. Das ist nicht toll. Yes. Ja. U.S. Bald haben wir es. Bald haben wir es. Ich hole mir noch zwei Siedler. Wieso auch immer. Avanze. Hei bakallem. Hei bakallem. Ready. Avanze. Nein. Nein 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 nein. U.S. Yes. Avanze. U.S. Ready. Avanze. Avanze. Commander Mintz. Ah ein Feuerschiff.